Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens aus Bibergemünd. Punkt 11.15 Uhr verließ am Mittwochmorgen das erste Kundenpaket, die neue CI Factory in Schlüchtern. Genau, wir sind jetzt aktuell produktiv im Wareneingang. Heute sind wir ja gestartet in der Kommissionierung und im Warenausgang. Wir werden dann ab Juli auch die Retouren bearbeiten. Die Ausmaße des neuen Logistikzentrums sind gigantisch. Riesige Hochregallager, kilometerlange Fördertechnik und mehrere Millionen Waren lagern im neuen Logistikzentrum direkt an der A66. In Zukunft sollen sich über 350 Mitarbeiter um bis zu 4000 Sendungen pro Stunde kümmern. Dementsprechend suchen wir natürlich auch Mitarbeiter, die uns in den kommenden Wochen und Monaten tatkräftig unterstützen. Wir haben noch etwa 150 offene Positionen, wo wir Bewerbungsgespräche in den kommenden Wochen und Monaten führen wollen. Bis die volle Auslastung erreicht ist, dauert es allerdings noch. Der Versand wird in den nächsten Monaten Schritt für Schritt erhöht. Wir sind vollkommen im Zeitplan, so wie wir das von Anfang an ausgeplant haben. Und haben auch dank Corona auch eine sehr gute Auftragslage. Weil die Kunden bestellen vermehrt online. Und dementsprechend sind wir voll im Zeitplan und können auch schon erste Aufträge verschicken seit heute. Osthessen News Sehen, was bewegt